Folgende Situation kennst du bestimmt. Jemand erzählt dir ganz aufgeregt, dass er einen Roman schreiben möchte. Er hat einen Anfang, er hat auch schon ein Ende, aber das reicht natürlich noch lange nicht, denn genau das sind die Geschichten, die dann nie geschrieben werden. Um einen Roman schreiben zu können, brauchst du eine Grundidee. Und diese Grundidee hat drei Elemente. Eine Hauptfigur, deine Hauptfigur hat ein Ziel und deine Hauptfigur braucht ein Hindernis oder einen Gegner, das dem Erreichen dieses Ziels im Weg steht. Lass mich dir nun ein Beispiel geben. Die Berufung von John Grisham. In dem Buch geht es um eine Mutter, Janet Baker, die Mann und Kind an Krebs verliert. An dem Tod der beiden ist ein Chemiekonzern schuld. Vor Gericht kämpft Baker nun um Gerechtigkeit. Dabei stellt ihr der Chemiekonzern aber alle nur erdenklichen Hürden in den Weg. Sie muss sich nun wehren. Ob ihr das gelingt, verrate ich hier nicht. Für dich ist folgendes wichtig. Diesem Grundmuster folgen alle guten Geschichten. Du hast also eine Hauptfigur, die ihr Ziel erreichen möchte und ein Hindernis bzw. einen Gegner, das sich diesem Ziel bzw. deiner Hauptfigur beim Erreichen dieses Ziels in den Weg stellt. Daraus ergibt sich ein Konflikt, der dann gelöst wird. Ob nun gut oder schlecht, sei dahingestellt. Aber es kommt zu einer Lösung. Denk etwa auch an die Worte von James N. Fry aus dem Buch, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Die Schwachen werden stark, die Starken werden schwach, die Verlierer werden Gewinner, die Gewinner werden Verlierer. Egal ob das Ergebnis günstig oder ungünstig ist, es kommt zu einer Lösung. Eine Grundidee reicht natürlich noch lange nicht aus, um eine ganze Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte muss sich ständig weiterentwickeln. Dabei läuft sie nach folgenden Grundmuster ab. Es gibt einen Helden, also einen Protagonisten, der ein gewisses Ziel erreichen will. Dabei stellen sich ihm gewisse Hürden in den Weg oder auch mehrere Gegner bzw. Ein Gegner. Es kommt zum Konflikt, der gut oder schlecht ausgehen kann. Du musst dir also folgende sechs Fragen stellen. Wie will die Hauptperson ihr Ziel erreichen? Wie stellt sich der Gegner der Hauptperson in den Weg? Wie kommt es zum Konflikt? Welches Ereignis bringt den Konflikt zum Überkochen? Was ist das Ende dieses Konflikts? Und wie geht es weiter? Lass mich dir ein Beispiel geben. Ein junger, sehr schüchterner Mann will unbedingt in die große, weite Welt hinaus und traut sich nicht. Mit den Jahren wird er aber immer mutiger, meistert die ein oder andere Gefahr, sammelt berufliche und private Erfolge und verlässt schließlich das eigene kleine Dörflein. Diese Entwicklung kann jede Figur nehmen, also auch Nebenfiguren. Denk zum Beispiel an einen Banker. Er startet ganz erfolgreich an der Wall Street durch und landet am Ende der Geschichte im Gefängnis wegen dubioser Machenschaften. Dabei tritt er vielleicht nur vier oder fünf Mal auf in deiner Geschichte. Aber das reicht schon. In diesem Zeitraum kann sich deine Figur sehr gut entwickeln. Auch Häuser, Autos, das Wetter, alles und jeder kann sich in deiner Geschichte ständig entwickeln. Und so soll es auch sein. Nichts ist fix. Nichts darf eintönig und starr sein. Wähle nun drei Nebenfiguren, zum Beispiel einen Arzt, einen Lehrer oder eine Apothekerin und lass sie alle vier Mal in deiner Geschichte vorkommen. Welche Entwicklung nehmen sie? Wie sind sie am Anfang und wie am Ende? Dasselbe kannst du mit Schauplätzen machen. Wie ist die Stimmung am Anfang und wie am Ende? Wähle auch wieder hier drei Schauplätze aus und lass sie vier Mal vorkommen. Dasselbe kannst du auch mit Gegenständen machen. Auch die können sich ständig verändern.